Ich habe mit großem Interesse gelesen, dass es bislang der Polizei und Polizeibeamten, die jemanden abschieben wollen, ins Flugzeug bringen wollen, gar nicht mehr möglich war, sozusagen im Nachbarzimmer zu holen, ob der möglicherweise einen Tag stand im Zimmer 113 oder 114 ist. Nochmal, Sie sagen, wir haben da ein echtes Problem und Sie beklagen das jetzt sehr glaubwürdig, das nehme ich Ihnen auch an, aber Sie sind quasi Teil der Regierung. Also Sie haben es doch in der Hand. Wie viele von denen sind festgenommen worden?